Beim einfachen Wechseln möchte ich das hier zählen. Das macht das Pferd sehr schön, da denke ich bloß den Halt, ja? Weil der Zügel hier durchhängt, das ist alles, gefällt mir sehr gut. Darauf gebe ich hier bloß den Halt. Gut! Links Zirkel sind besser als die Rechts Zirkel, gell? Ja, die geht ein bisschen. Das liegt daran, dass er seinen Kopf nach rechts nimmt und seine Schulter außen hängen lässt und mit dem Rippentasten nach links drückt. Das läuft aber durch die Rechtsstellung. Und du musst gucken, dass er auf dem Rechts Zirkel mit einer geraderen Wirbelsäule läuft, dann passiert dir das nicht. Okay. Deswegen läuft ja die Linken Zirkel besser. Okay. Wenn das jetzt zwei verschiedene Manöver wären, dann würdest du auch die Linken Zirkel, die würdest, hättest du jetzt einen größten Halt gekriegt und die Rechts Zirkel eine Null. Die Rechts Zirkel waren nicht so gut wie die Linken Zirkel. Die Rechts Zirkel sind sicher. Hier kann man auch auf dem Rippentasten. Die Rechts Zirkel sind sicher.